Dieses gewaltige siebengeschossige Bauwerk wird auf Anweisung einer trauernden Witwe erbaut. Sarah Winchester. Wir sorgen uns um ihren Geisteszustand. Dieses gewaltige siebengeschossige Bauwerk folgt keiner logischen Struktur. Ein jedes Stocklack ist noch verwirrender als das vorige. Es wird nie fertiggestellt werden. Es wird auf Anweisung einer trauernden Witwe erbaut. Sarah Winchester ist die Mehrheitseignerin der Winchester Repeating Arms Company. Sie wollen ihr einfach alles wegnehmen? Wir sorgen uns um ihren Geisteszustand, Dr. Price. Glauben Sie an Geiste, Doktor? Ich glaube an nichts, das ich nicht sehen oder untersuchen kann. Ich kann es fühlen. In der Luft. In den Wänden. Eine übernatürliche Macht, die wir noch nie zuvor erlebt haben. Es hat uns gefunden. Nee. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020